Hallo liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde! Auch heute darf ich euch wieder recht herzlich hier im Garten Steinfeld begrüßen und in der Reihe Pflanzenportrait stelle ich euch heute eine Pflanze für eure Biotop- oder Gartenteich-Ränder vor. Es handelt sich dabei um Euphorbia palustris, die Sumpfwolfsmilch. Bitte gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.